Hallo! Aus meiner Wohnung heraus, denn ich habe ja noch ein Giveaway zum Auflösen und das werde ich jetzt hier tun. Entschuldigt dieses komplette Chaos, denn wie ich gesagt habe, wir gehen in Südamerika und ne? Hier ist alles pures Chaos im Moment und das war mal ein Kleiderschrank und wir warten auch drauf, dass es jemand abholt. Egal. So, darum wird es gar nicht gehen. Ich lose aus und das zeige ich jetzt. Ich baue nochmal ganz kurz um. Moment. So, Video einfügen. Und mal gucken, wer gewonnen hat. David P. So, David P. Ich werde dir jetzt eine Nachricht schreiben und dann hast du damit gewonnen. Hier steht's. David P. Herzlichen Glückwunsch. Schau am besten mal in deine Box rein, in deine Nachrichtenbox. Ich werde dir eine Nachricht schreiben. Ja, damit ist dann auch das Giveaway beendet. David P hat gewonnen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass ihr das nicht gewonnen habt. Vielleicht mache ich ja demnächst irgendwann auch nochmal ein neues. Mal gucken. Spätestens, wenn ich aus Südamerika wieder da bin, dann gibt es bestimmt wieder mal ein ein Giveaway. Danke fürs Mitmachen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss!